Was ist dieses sehr natürlich wirkende Mädel? Dieses sehr natürlich wirkende Mädel habe ich schon öfters gemalt. Heute male ich sie mal in richterscher Verwischtechnik mit Öl und die Vorzeichnung ist Kohle. Ich zeige das Technische etwas stärker, weil das für die, die auch malen, interessant ist. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.